Es kommt auch ein Video von dem Bruce Lee. Ja, da kommt halt so ein Typ, weißt du, und er meint, er könnte mir mal so richtig schön, richtig schön in die Fresse reinhauen, verstehst du? Aber ich lasse das nicht mit mir machen, verstehst du das? Ich hau dem selber mal eine rein. Ja, was mach ich? Ich hau dem selber eine rein. Und dann hau ich dir auch noch eine rein. Und deinen Freunden auch. Ja, ja, alles meins, alles meins. Moment mal, hier doch irgendjemand voll abgeschmatzt. Ja, da meinte er, ich hätte abgeschmatzt, aber das ist Quatsch, weißt du? Und da hab ich dem erstmal schön mit der Faust so richtig schön den Kopf. Ja, das war genau wie damals, als ich deine Freunde fertig gemacht hab. Ja, weißt du, das hat so richtig Bäm gemacht, verstehst du? Bäm! Ja, weißt du, das ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass ich einen so fertig gemacht hab. Und danach mach ich halt immer meine Übungen, verstehst du? Ja, und als ich den mit den beiden Krallen fertig gemacht hab, dann hab ich dann noch eingetreten. Ja, hier ein Solarplexus, Junge. Weißt du, was da teils, ne? Bäm! Und danach Vollgas. Ruhig bleiben. Und dann, wenn der Typ immer aufsteht, dann trittst du ihn voll aus dem Bild. Ja, normalerweise haben die dann genug, aber wenn nicht, weißt du, dann musst du noch richtig schön... Ich zeig dir halt mal, pass mal auf. Ich steh mal kurz auf. Bäm! Und dann eine schöne Kombination. Bäm, weißt du? Richtig Bäm! In die Fresse! Und rechts und links und rechts und einen Weg treten in die Fresse und in den Bruch auch! Bäm! 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 Auf den Kopf und dann auch mit den Füßen. Bäm! Ow! Bäm! 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 Pow! Wow! Hm. Ja, dat ist eigentlich eine ganz coole Angelegenheit kämpfen. Also, dat macht mir jetzt schon ziemlich Spaß. Auf Broschäsmoschoß! Ich weiß nicht, ob du schon mal gekämpft hast. Aber ich mach dat eigentlich ganz gerne. Mit den Fäusten, weißt du? Und auch mal mit dem Finger. Schau mal. Also zu Anfang habe ich ihn mal an so einem Holzapparat rumgemacht. Und später haben sich an welche hingestellt, ne? Dachten, ich treffe die nicht, die Jungs. Aber beim zweiten Jungs, zack, habe ich ihm noch meinen mitgegeben. Ja, dann noch mal ein bisschen der Tonhalle geübt, ne? Aber ich meine, im Endeffekt macht es mir keinen Spaß zu üben, ne? Ich will welche kaputthauen. Nichts üben, ne?